Es ist Anfang Mai, wir sind in Basel, im wunderschönen Basel. Der Bug war auch lustig, ich habe es in den Ferien gesehen. Ich bin auch so am scrollen, weil ich so an welchem Content ansehen auf der Sonne liege. Nachher sehe ich einfach so... AAAAAH! Der hat... Es hat sicher... Entschuldigung. Sorry, es hat mega lustig ausgesehen. Du kommst und ich so... AAAAAH! Oh, oh nein! Was ist los? Für die von euch, die noch Mami oder Papi werden wollen, habt ihr mal ein Statement von Eltern, die 10 Jahre erziehungs... Entziehungser... Wir müssen dir vorstellen, eine Lahn am See. Wenn schönes Wetter ist, kannst du zwischen den Runden ein wenig abkühlen oder mit deinem Gegner ein wenig Pre-Game-Talk machen. So im Style-Zoller. Hey, gehen wir ein wenig an den See. Achtung, das rutschige Stein, nimm meine Hand. Ups! Unter diesem Begriff hat Think Sport unser Swiss Tech Convention Center zum Discord-Rund... Discord? Hahahaha! Es ist so heiß! Können wir bitte ein wenig kühler haben? Es ist so kalt! Können wir bitte ein wenig wärmer haben? Ich würd schon mal üben? Jubilieren? Jawohl, ich bin... ...eure Liga of Legends Champion! Bebeuget euch! Applaudiert mir! Ja. Noch nicht so überzeugt? Ähm, das sieht man noch.